Fast schwerelos wirkt Elettra Rossellini vor der Kamera. Dabei weiß sie genau, wenn ihre Fotos jetzt im Januar auf jeder Reklame-Tafel kleben, lastet das Gewicht ihres Nachnamens schwerer denn je. Denn auch ihre Mutter modelte für Lancome. Isabella Rossellini, Model, Mode-Ikone, Marke. Ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Meine Mutter hat dunkle Haare, dunkle Augen, eine kurze Nase, es ist ein völlig anderer Look. Und ich sehe eben anders aus. Auch Isabella wurde zeitlebens an ihrer berühmten Mutter, der Schauspielerin Ingrid Bergmann, gemessen. Erst mit 30 Jahren kommt der eigene Erfolg. Als Vogue-Cover-Model und Aushängeschild von Lancome. 24 Jahre später verpflichtet der Kosmetikkonzern Tochter Elettra. Mamas Tipps fürs Big-Beauty-Business, wer fleißig cremt, bleibt länger frisch. Immer wenn sie mich in die Ferien verabschiedet hat, umarmte sie mich und gab mir 8 Flaschen Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50. Sag goodbye, pass auf dich auf, das war's. Elettra meidet die Sonne und strahlt trotzdem. Sie ist jetzt Monica Most Wanted und erzielt Spitzengagen. Höhe geheim. Und das, obwohl sie als E-Dörtchen schon mal auf Abwägen war. Ich wurde aus der Schule geschmissen und meine Eltern sagten, es ist okay, wenn du dir in der Schule eine Auszeit nimmst, aber du musst dir einen Job suchen. Und Bruce Weber, ein amerikanischer Fotograf, stellte mich ein und machte mit mir Fotos für einen großen Katalog. Es folgten Agenturvertrag, Laufstegjobs, unzählige Fotoshootings. Neben ihrem Modeljob studiert Elettra Politik, denn irgendwann, so sagt sie, will sie ihren eigenen Weg finden. Und der verläuft möglicherweise abseits von Laufstegen, Luxus und Lifestyle.